Und danach verspreche ich Ihnen unsere super Frank-Pagelsdorf-Jubelkamera. Er guckt nämlich vor dem Elfer mit seiner roten Nase in die andere Richtung. Abgewandt vom Schützen. Und dann... Explodiert er! Blick zum Schützen! Ein Ausbruch von Freude, Ekstase, von Wahnsinn! Pagelsdorf im Rausch! Ich muss es loswerden! Ich liebe diesen Pagelsdorf! Ich liebe ihn so wie er ist, den Pagel!